Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 65 Jahren wurde das Kraftwerk Ottenstein erstmals in Betrieb genommen. Das Kraftwerk Ottenstein liegt am Fuß der Gewölbesperre Ottenstein. Im Jahre 1954 begann die Betonierung der Staumauer Ottenstein. Dieses imposante Bauwerk hält 73 Millionen Kubikmeter Wasser zurück, verzeichnet eine Höhe von 69 Metern und ist rund 24 Meter dick. Für den Fernsehsender ServusTV wurde 2020 ein Beitrag für die Heimatleuchten-Sendung Freigeister am Kamp unterwegs am krummen Fluss mit Conny Bürgler gedreht. Zeitzeuge Otto Wirschig begann im Jahr 1954 als Baustellenlektriker des Kraftwerks zu arbeiten. Er erzählt von den permanenten Herausforderungen und von der gefährlichen Arbeit auf der Baustelle. Nach Felssprengungen mussten oftmals beschädigte Kabel repariert werden. Er selbst hatte während der dreijährigen Bauzeit großes Glück und ist mehrmals dem Tode entronnen, als sich zum Beispiel einmal plötzlich ein Kabelkran über ihm entleerte oder als Felsbrocken in Größe eines Schreibtisches nach Sprengungen herabregneten. Er berichtet in dieser Fernsehdokumentation vom rauen Leben auf der Baustelle damals mit einem 12-Stunden-Tag von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends. Das Kraftwerk Ottenstein gehört bis heute zu den größten Infrastrukturinvestitionen in Niederösterreich und zählt nach wie vor zu den leistungsfähigsten Wasserkraftwerken der Energieversorgung Niederösterreich, der EVN AG. Die vier im Krafthaus installierten Turbinen erbringen eine Leistung von je 12 Megawatt. Dabei handelt es sich immer noch um die Originalmaschinen aus den 1950er Jahren. Die Lebensdauer der Staumauern beträgt rund einige hundert Jahre. Sie entsprechen noch heute dem aktuellen Stand der Technik, was die Standsicherheit und deren Überwachung betrifft. Jahr für Jahr erzeugt die Anlage Ökostrom für rund 20.000 niederösterreichische Haushalte. Das Wasserkraftwerk der EVN ist noch immer ein wichtiger Energieknoten und Eckpfeiler der Versorgungssicherheit. Wer Einblick in die Stromerzeugung des Pumpspeicherkraftwerks gewinnen und beim Rundgang einen bleibenden Eindruck von der massiven Bauweise der Staumauer erhalten möchte, kann das Kraftwerk besichtigen und sich für kostenlose Führungen anmelden. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017